Die Ehre in meinem Arsch dreht sich rundherum Überall in meinem Arsch So Leute Die Krawatte ist kaputt, versteht ihr wie ich es meine? Kann ich mir halt immer noch so Aber mittlerweile Es ist halt auch einfach nur noch Dumme Scheiße, versteht ihr wie ich das meine? Ja Leute, ich bin jetzt im Urlaub Grüße aus meinem Urlaub Also das ist Vergangenheitskalle Der hat jetzt letzte Woche für euch alles aufgenommen Und normale Belohnung in den Arsch Schokolade wurde gefeiert Was wir beim letzten Mal falsch gemacht haben Wir haben die neue Strecke geiler Dorsch gebaut Haben aber nicht bemerkt Dass wir zu viele alte Punkte gewählt haben Wir müssen die Strecke neu bauen Den geilen Dorsch Ich glaube, wir können einfach die hier rausnehmen Was soll denn das? Hä? Oh, okay Wir machen alles nochmal neu Dann fangen wir beim Hauptbahnhof an Scheiß Hemd hier Maximal acht Haltestellen Nutze Fahrer um Auf einer Strecke So und jetzt nutze Fahrer Kann mir das bitte mal jemand in die Kommentare schreiben Ob ich das richtig gemacht habe oder nicht Hier hat sieben Haltestellen Einmal Hauptbahnhof Dreimal Hier Schaffel der Field Dann einmal Steinecker Grat Die Grande hier Dann aber hier hinten die beiden noch Steineck West und Ost Ich fahre die jetzt einfach nochmal Trevett und se head Leute Trevett und se head When the night Has come And the land is burnt Was soll ich jetzt schon auf? Jetzt ist das schon auf Letztes Mal musste ich das aufmachen Nur weil es geregnet hat oder was? T L H I I I A Sports Und nochmal alles richtig gemacht 100 Punkte Für den Koschinski Meine Haare So Letztes Mal haben wir ja wieder Fernwurfsimulador gespielt Ist nichts, ne? Haben wir schon jetzt alles gesehen Blödsinn die Scheiße da Bremen auch alles Arsch Wir bleiben hier bei den richtigen Games Im September kommt ja auch endlich der neue Teil raus Da freue ich mich schon drauf Jawohl Freut ihr euch auch schon auf den Bus Simulator 21? Schreibt es in die Kommentare Es wird ein super Spiel Ist hier wieder Stau Aber wir lassen uns heute nicht werden Diese ganze Katzenbilder Sache auf Instagram Die 20 Millionen Bus Simulator Videos Und 5 Milliarden Klicks, Digga Haben dafür gesorgt Oh mein Gott Scheiße Was ist hier denn? Alter Ich habe den komplett getötet Den LKW Der liegt jetzt hier voll auf stabile Seitenlage Was hat er denn da? Er hat voll einen stehen Ach du Weier Ich würde sagen wir machen hier ganz schnell eine Biege Oh Weier Ich brauche Urlaub Ja aber das habt ihr auch davon Weißt du? Wenn ihr mich nicht Überstunden abbauen lasst Die Konzentration Die lässt doch komplett nach Hier hinterm Steuer Seht ihr mal wie ich aussehe? Ich bin ein Wrack Ich bin ein Wrack Es ist halt nicht schön Verstehst du? Weil lass mal jetzt hier schnell Abflug machen So lass mich mal rein Ich vergesse halt immer Dass ich hier keine Unfälle bauen darf Ich habe jetzt nicht gesehen Ob da was kommt Ist mir auch Lachs Scheiße ich muss raus Meint ihr da sind Leute gestorben eben? Oder vielleicht Katzen? Es reicht mir langsam Es reicht langsam Es reicht langsam Es reicht lang Es reicht lang Sie haben meine Karten? Es reicht langsam Ich werde nicht verrückt Ich brauche einfach nur Urlaub So Steinegg Ost Die erste Haltenstelle Jo Das ist noch ein bisschen zu weit Na ja Moin Eine Fahrtarte bitte Kannst du mal Hallo sagen du Arsch Das ist ich Ey Ich mache jetzt hier bald Urlaub Und ihr geht mir hier nicht auf den Wecker Versteht ihr das? Dann ziehen wir hier ganz klare Linien Ja ich auch nicht Das hat mich total umgehauen Wieso schon wieder so viel? Macht Busfahren Spaß Nicht wahr? Okay So geht los ihr kleinen Mann ey Was ist das hier für eine Kabelage? Oh schnell 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 Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen Ist er immer noch krank? Nein Er ist schon wieder krank Ja Stefan Gute Besserung Verpisst dich So So Na klar Hier ist die Fahrkarte Und hier ist ein Foto meiner Katze Sie heißt Wenn ich in meinem Urlaub nur eine Katze sehe Run bitch Run Hier ist die Fahrkarte Und hier ist ein Foto meiner Katze Sie heißt Ich hätte gerne ein bisschen Dynamit Ich würde gerne einfach den Laden hier sprengen Hast du schon wieder Bilder? Reichen Katzenbilder nicht oder was? Ich schau nicht auf Aber das ist nicht mehr normal Ey Du kleiner Machst du Witze? Du hast Winter der Leidenschaft echt noch nie gesehen Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Halt doch mal die Fresse! Mich interessiert scheiß Winter der Arschgeburt noch nicht Ob da jetzt 5000 Folgen kommen Oder 10.000 Folgen Es ist mir scheißegal Und ob die Inzest betreiben Interessiert mich auch nicht Das will ich nicht wissen! Die sollen hier bauen alten! Sooo Musst du mal kurz pinkeln, ne? Geht jetzt weiter Hallo! Der wartet wieder, ne? Du musst dich mal durchsetzen hier Ey, was? Wofür habe ich denn jetzt geblecht? Hier fahren wir nochmal vorbei Jo, jo, jo Alles im... Alles im... Alles im Griff Sehen Sie auf die Straße Was? Hat hier 2.166 Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar Ich hab so einen Hunger Okay Nächster Halb Holstraße Coole Sprüche Bis dann Aus hier Zahle ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? NAAAA Oh nein Ich hab sie vergessen Ja erst rumpennen hier und dann auch noch nicht bezahlen, ne? Sie haben da eins vergessen Jo, wenn ich dir bald eins aufs Maul gebe hast du auch einen Schlag locker in der Fresse Weißt du wie ich mein? Bis dann Immerhin lassen die hier aussteigen, bevor sie einsteigen Das haben wir so gut gelernt, ne? Sooo Endlich hier die letzten Haltestellen Dann ist endlich Urlaub, ne? Mann, Mann, Mann Aber hier in der City bzw. Hype auf dem Land und dann in die City, das fährt sich ganz gut Hier mit einem Erdnussbus ist einiges drin Weil ansonsten hab ich das hier erst rein drauf, ne? Haben dafür gesorgt Oh mein Gott Ich hab Stefan schon ewig nicht gesehen Ist der immer noch krank? Nee, er ist schon wieder krank Junge, wer ist Stefan jetzt auf einmal? Wer? Zum Henker? Scheiße falsch Naja, nimm mal einen kleinen Umweg Alter, wie ich hier einfach durchpitz, ne? Wie ich diese Stadt kontrolliere mit meinem Busunternehmen Weil A Ja Ja, ach komm Die minus 10.000, die wir bis zur Weile haben, ist auch... Weg! Ne, wir sind doch auf Cooldown Nächster Halt Hauptbahnhof Endstation Bitte alle aussteigen So, alle aussteigen Tschüss Tschüss Ja, piss dich du Tschüss Müllgesicht Und ab dafür Ich hab 193 Euro verdient In der gesamten Woche Wegen Kollision Das musst du erstmal hinkriegen Das ist einfach Tief Tief so her Zwei Schwarzhaarer Du musst öfter kontrollieren die Scheiße Du hast dich schon wieder selbst übertragen Mit eurer Expertise Die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können Tschüss Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt Bis zum nächsten Mal Außerdem sind die Gesellschaft Ich will jetzt erstmal Urlaub, na tschüss Geht die Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal.